... die Natur zu überholen. Und jetzt wird's gefährlich mit Gaeta Missimesu und er trifft 1-0 für den FCS. 23. Minute und endlich trifft einer dieser neu verpflichteten Stürmer. Langer Ball von Adi Kudibadi, das geht sehr einfach hinter die Vintatura-Affwehr. Hinter Jairovic und hinter Bühler gespielt. Gaeta Missimesu setzt da seinen Körper ausgezeichnet ein und lupft den Ball dann. Wenig Erfolgserlebnisse verbuchen konnte, hat Hakan Yakin vor der Partie. Gut verlängert von Missimesu auf Serge Müller. Gaitan Missimesu wird geschickt. Toller Trick und in dieser Szene. Gaitan Missimesu hat sich Meierhofer auf den Weg in die Kabine gemacht. Wir müssen die Vintatura speziell unter Beobachtung haben. Und spekuliert auch von Danilo Del Toro. Dann Gaeta Missimesu. So, wieder der Torschütze, 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 Gaeta Missimesu. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.